So, genau einmal reparieren und gucken wie viele Brennpfeile haben wir noch. Doch, noch über 300. Ja, dann werde ich mir mal so 50 Stück, weil ich habe noch 48 oder so. Wenn ich mir 50 Stück nehmen, dann reicht das. Doch, ich habe jetzt wieder einen 100er-Spekt, das sollte. Da, Pfeiler. Aber mit dem Wehrgang müssen wir noch mal gucken, ob das so klappt, weil es kann sein, dass die, wenn ein Troll kommt, so dann drunter steht. Naja, dass man nicht reinkommt, aber das ist dann ein Problem. Darum kümmern wir uns dann. Es ist erst 15 Uhr. Ja, ich meine, wir könnten noch rüber gehen, also anlocken. Soll ich mir vielleicht mal ein bisschen Fisch oder was? Wie lange reicht es noch? Ah, das reicht noch. Noch vier Minuten habe ich. Ein bisschen Glück haben wir bis dato erledigt. Mal gucken, wo er rumläuft. Sehe ich ihn nicht mehr. Ich höre ihn nur. Ich klopfe noch mal ein bisschen auf Bäume rum, vielleicht kommt er dann. Da ist er. Komm mal hierher. Brauch schöne Sicht. Jetzt ist er allerdings hinter dem Boden. Mein Sterne-Skelett. Jetzt ist er nicht mehr hinter dem Boden. Äh, und schau. Weil der Kollege war auch nicht langsam. Äh, hält das der Turm aus? Sollte. Also ich habe auch schon mal in einem Turm gestanden und habe da zwei oder drei Stück platt gemacht. Oh, Entschuldigung. Blöde ist nur ab und zu hauen die ab. Ja, so wie jetzt. Schieße da ja. Ach, das nicht mehr. Warte, bleib du hier oben, ich lock ihn an. Ah, da hinten ist er. Kriege ich ihn von hier. Ja, oder doch erst, wenn es wieder hell wird. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ja. Mam. Wee sein vamm. Hahaha. ja gegen die ebene macht alles platz so geht man fast zu ende ich habe nichts mehr dabei das kann die wir noch ein pfeifen sich von dann geschlichen ja und dunkel möchte jetzt ja auch nicht rumlaufen aber ein paar weile haben wir ihn verpasst naja gut aber der wird ja ich wieder hoch ich glaube in der nacht passiert da nichts dann essen oder sowas wird nicht verbraucht zumindest wenn du schläfst richtig ich glaube er hat sich auch nicht so schnell hoch also er war hier schon eine stunde rum haben wir noch nicht so richtig was geschafft so gar nicht nur so typisch für dieses spiel und ich würde noch irgendwas ausdauertechnisch und natürlich scheißwetter das war doch klar das kommen muss was ausdauer gemacht hatte was mit ausdauer habe ich möchte nicht auch noch beim knochen wenn es kampf dabei haben und siehst du da oben irgendwas bei dem scheißwetter hörst du auch nix blödes viech das ist ja echt noch eine strecke naja dann ist noch eine ganze ecke deswegen ist der punkt hier eigentlich schon mal gar nicht so schlecht naja gut aber wir werden ja wohl dann noch 1 direkt ja natürlich dass das zieht man noch um deswegen dachte ich könnte natürlich auch ein paar ressourcen sammeln noch ein paar bäume ummachen da läuft da rum neben unseren torm da wo der ausguck ist ich bin bloß nicht mehr und immer noch zu viele bäume ja aber ich sehe ich sehe ich ach da nicht kaum schaden vielleicht weg hier nimmt er mehr schaden ja er hat mehr leben er weniger lebenden wo willst du hingehen ja einfach zurück aber obwohl genau so lange hier rumtanzt sein ist ok komm zurück weichling ja mach ein paar bäume ja leg die bäume um das finde ich nett von dir wir haben was denn auch noch weg was denn schubst du mich nicht rum also mal wieder ein bisschen umkommt er denn wieder ja er liegt sehr schön na geht doch gleich ich hab nur so getan ich hole meine brüder so so ja wollen wir weiter richtung und schon mal anfangen oder ich hab immer gekriegt ein bisschen holz will ich jetzt auf jeden fall noch einstecken haben wir ein bisschen was in der kiste liegen 50 sind noch drinnen ja nehmen wir auch noch mit dann so ich muss da raus und was essen sollte ich auch die sonne scheint ja das ist ein zeichen das ist ein zeichen 22 harz habe ich auch noch dann wollen wir mal aber wo wollen wir jetzt hin ja zum knochen mannst und anfangen ja gar keine heiltrank mit ich auch nicht oder drei stück ist mir vielleicht einen noch schnell eben hast du da ist eine krypte so schlund egel sein genau diese bäume und schleimling hinter uns was schleimling hinter uns gif trink habe ich gar nicht mit das ist viel verwerflicher noch einer okay Alter riesige, riesige Schlundegel! Was? Nehmen wir uns. Oh, das ist auch eine Monstrosität. Ach, Scheiße. Den sollten wir jetzt aber nicht angreifen. Das blöde ist nur, er wird uns wahrscheinlich finden, wenn wir hier weiter sind. Aber wie willst du den denn jetzt platt machen? Äh, Fug. Weil hier ist so viel Wasser und Schlundegel. Oh, Trauger. Sollten sie Schilder aufbauen, ne? Weil da vorne landen wir gleich in der Ebene, ne? Scheiße, ich laufe ja wieder zurück. Ja. Bleimling? Links von dir? Hinterm Baum? Äh, zwei. Okay, einen haben wir. Ne, eine Ebene will ich jetzt nicht. Scheiße, hat er mich erwischt. Hier ist so irre viel Wasser, ey. Ja. Das ist kacke, ey. Nicht der Wind da auch. So beschissen, genau dazwischen steht da, ey. Trauger? weiß man der krypto eigentlich schon drin ich glaube nicht markiert ich markiere die mal eben ist völlig falsche richtung er ist ein sporn auch noch das mal jetzt mal wohl noch ein trauriger ist finde ich gar nicht da bist du jetzt sind wir da aber wir haben doch die sachen für das portal jetzt gar nicht aber das müssen wir ja wieder zurück einmal welchen baum nehmen wir uns das heißt ja auch nicht wo er spawnt das kann ich dir auch nicht sagen das ist ach nee doch da kommt ein schlammling da kommt ein schlammling ja ich weiß es nicht du hast da mehr erfahrung also ich hätte jetzt hier oben reingebaut werkbank genau oder eine werkbank den baum oder ja ist jetzt aber eine werkbank eine leiter brauche ich jetzt ich wollte eigentlich ein bisschen höher und ein bisschen höher dass ich das erste plateau setzen kann das soll in der höher und